Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Jan und in dieser Videoreihe erfährst du, wie du einen WS-2811 LED Streifen mit einem Arduino steuerst. Fangen wir mit dem ersten Demo-Programm an. In der Videobeschreibung findest du einen Link zum Herunterladen aller Beispielprogramme. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Lass uns das zweite Beispielprogramm programmieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020